ähm mann Feuer ja jetzt sollte ich auch angucken merke ich gerade mal na das wird nix das wird nix das ist viel zu wenig Schaden den ich ihm da gemacht hab Bombs jawoll oh Gott oh Gott daran hab ich gar nicht gedacht daran hab ich gar nicht gedacht Laufkid Lauf nicht zu weit Lauf lieber boah wie viele denn noch wann ist denn mal genug danke wieso kann ich dir jetzt keinen Schaden machen was mach ich denn jetzt ähm gut meine nächste Idee wäre dass ich das äh ne ich hab keine Idee was ich machen soll ähm ich glaub das ist ne Runde das ist vielleicht ne Runde die ich jetzt endlich einfach nur über Zeit bringen muss ich hoffs doch mal alles andere wäre Bumms die Bumms huh du 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 Kit was machst du Kit du bist so blöd oh mein Gott so er wird das Feuer dahin sooo und er rennt sag ich doch Bumms geh hier vorne hin wow Feuer wo ist Feuer da ist Feuer und da ist tot Daddy Papi Papi es tut mir so leid ich will dich nicht töten doch because I wanna be a guy Kit hat's schon gesagt und wir werden dafür sorg ich oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh du du jawohl ist es genug okay okay das ist nicht schwer das ist echt nicht schwer wenn er die Kugeln mal richtig feuern würde Idiot Bumms und nein die fliegt falsch mach sie kaputt was boah kacke Bumms Alter du bist tot yes yes da ist ne Pistole heben wir sie auf wir haben wirklich geiß Pistole yay oh mein Gott oh was okay wir schießen auf die Augen wo ist die Wurst Bumms Blute Alter Blute ach mein nein shit also noch ne zweite Runde oh Gott ich dachte das wär alles mann du Arsch warum hast du ne zweite Runde du bist schwer genug okay das ne das wär kein Bosskampf der wär nach 13 Minuten um gewesen das ist dann nicht für den letzten Boss weil das mit dem Ablenken ist ne nette Idee muss man oh Gott ich mach's zu eng ich mach's viel zu eng bleib hier hinten kehrt das müsste es sein ja das war's gut jetzt kommt die Kugel Kugel kommt geht hoch trifft ihn Kugel kommt geht hoch trifft ihn Kugel kommt zu hoch fuck you fuck you noch ne Kugel was zur Hölle okay jetzt kommt Feuer da ist Feuer da ist ne Kugel und die ich kann doch nicht einmal auf einmal ausweichen boah 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 alten ich bin total überfordert wooser okay jetzt spring ich ins Feuer ich bin so ein Idiot okay skip und oh Gott ich hab vergessen Schaden zu machen das wird ein Problem wird so ein Problem so ein Problem because I boah 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 okay wo kommt das Feuer da kommt's Feuer Feuer gut 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 jetzt kommen die Kugeln von da von da von da von da boah 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 was 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 okay große Kugel noch ne große Kugel 6 7 8 okay 11 Treffer oder 10 10 müssten reichen um ihn kacke nein ich hasse dich geil du bist so ein Arm ja renn auf mich zu renn weg ich feuer auf dich du rennst und ich schieße und irgendwie bist du viel zu groß oh Gott gut du bist tot nein nein du hast die Runde beendet aber ich find's schön dass er noch so im richtigen Schema abläuft wo man sich einfach nur denkt lalala ich weiß was kommt okay ich hätte gedacht da war er tot ich hab nicht mehr noch fuck 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 okay ich hasse dich geil bombs drüber gesprungen bombs Kugel ins Gesicht jetzt schießt du genau jetzt schießt du eine und dann kommt das feuer wieder und ich wow Kugeln hoch da hoch da hoch da hoch da hoch da letzter Boss ey letzter Boss ich bin fast schon durch ich muss nur noch dich vernichten also steh mir nicht im Weg steh mir nicht im Weg boah das ist ein kranker Kampf oh mein Gott da ist er wenn ich ach kacke was mach ich für eine scheiße die Runde ist nicht schwer Kai kompensier dich das ist so ziemlich das einfachste in dem Kampf ne ok das ist einfacher bombs zwei Sprünge oh mein Gott so jetzt geht's wieder hoch jetzt geht's yay du gehst hoch okay oh Gott man merkt inzwischen ein bisschen ist der Boss eigentlich kein Problem mehr und dann noch steh ich zu na man 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 ich hasse boah du Arsch fick dich alter so 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 moine Fresse moine Fresse ok wo kommt die Kugel da kommt die Kugel uuuhuuhuuhu booms ok äh hoch da hoch da hoch da kid so Kugel Feuer Kugel Feuer jetzt bleib ich weiter hinten denn du tauchst gleich in der Mitte auf ja jawoll ok neuer Versuch nein oh Gott ich muss nein da bin ich reingeschaut oh ich Idiot maaaan ich springe auch noch in ihn rein in diesen Typen diesen fetten Idioten den nächsten fetten Idioten nach dem Drachen und Ward jetzt ist es the guy fetter Idiot alter bäääääms gut ähm 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 ohohohohoho wie zu vergessen dass es hier hoch geht so So, und jetzt kommt die Kugel. Und ich mach's wieder zu knapp. Ich mach es wieder deutlich zu knapp. Oh mein Gott. So. Kugel, oh, was mach ich denn? Was mach ich denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommt noch eine Kugel? Ja. Die geht auch zu. Uh, zu viele Kugeln! Oh Gott, die treffen ihn alle. Nee, was ist denn? Okay, hier kann ich stehen bleiben. Hopp. Nochmal vier, nochmal eine. Und eine kleine Kugel, genau. Kann ich, glaub ich, hier stehen bleiben? Ja, dann geht's da rüber, dann geht's da rüber. Und hoch, 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 hoch. Oh mein Gott, kid. Gut. Nein, das war so ein Fehler. Was mach ich denn? Booms. Booms mach ich, ja. Da rein. Lauf, kid. War's da schon? War's da schon? Nein. Gut. Ich glaub auch, dass es, ähm, mehr oder weniger unmöglich ist, ihn da in einer Runde schon, ähm, hoch zu erledigen. Bam, 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 bam. Ich hätt gern so richtig epische Bossmusik. Ich glaub, ich weiß... Boah, kacke, ficken, arsch, bumms, so geil. Boah, das musste einfach mal raus, so. So, 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 so. Kleine Kugel, genau. Kleine Kugel, Feuer, da kann ich stehen. Und da kann ich feiern. Aber ich weiß nur noch einen Treffer gebraucht. Cool. Hoch. So, 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 das ist einfach. Das sag ich jedes Mal. Noch eine Runde. Gut, und da bist du wieder hier. So, du schießt. Fuck, was mach ich? Boah, was mach ich für eine Scheiße? Du schießt, dann spring ich. Oh mein Gott. Nein. Alter. Ich krieg nicht mal die erste Runde hin. Ich krieg nicht mal diese erste Runde hin. Ich krieg nicht mal gegen ihn. Boah, dieser Typ hat so ein Oberwasser gegen mich. Das ist nicht mehr schön. So, hier konnte ich stehen bleiben. Genau hier. Okay. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Da oben bleiben, Kids. Und jetzt kannst du drüber springen. Springst du einmal, gibst du zwei Gucken, gibst du nochmal zwei Gucken und rennst. Huh. War's das jetzt mal? Komm runter. Danke. Zu hoch. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Zu viele Kugeln. Wer denkt sich so einen Kack aus? Boah. Nein. Gott, 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 Gott. Hier. Tod, 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 tod. Boah.